Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben zum digitalen Donnerstag der IHK Schwaben, unserer Webinarreihe für den Einzelhandel. Ich hoffe, ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass mein Name Franziska Behrens bin und ich eine von zwei Handelsreferenten bin, die wir hier haben, die alle ihre Fragen beantworten, also nicht nur diese Webinare organisieren, sondern wenn Sie irgendwas haben, zögern Sie nicht, zum Telefon zu greifen und uns anzurufen. Ich habe noch einen organisatorischen Hinweis. Wir werden starten mit einem Vortrag von unserem Referenten, wie immer, und Sie haben die Möglichkeit, Fragen über den Chat einzuspielen. Das heißt, Sie können das währenddessen machen oder ganz am Ende und dann im Anschluss an den Vortrag werden wir diese Fragen dann mit dem Referenten klären. Worum soll es nun heute gehen? Ich muss ein bisschen ausholen, es kommen halt immer mal wieder rechtliche Vorgaben von Brüssel und dann muss die Bundesregierung die in nationales Recht gießen und mit der Omnibus-Richtlinie sind da viele Vorgaben auf einen Schwung abgearbeitet worden. Das hat natürlich leider auch dazu geführt, dass man als Unternehmer gesagt hat, boah, das ist ganz schön viel und was davon betrifft eigentlich meine Branche und was davon betrifft mein Unternehmen. Und deshalb haben wir heute als Referent bei uns den Rechtsanwalt, Herr Julian Modi von der Kanzlei Sonntag & Partner, der sich explizit die Regelungen rausgepickt hat, die für den Einzelhandel relevant sind, also für den Handel mit dem Endverbraucher. Und da gibt es ein paar Sachen, die sind relevant sowohl für den stationären als auch für den Onlinehandel. Und dann gibt es ein paar Internetrechtsgeschichten, die dann Webseiten und tatsächlich Onlinehandel spezifisch betreffen. Ungefähr, wenn ich richtig informiert bin, in dieser Reihenfolge werden wir das jetzt heute auch abarbeiten. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Modi, und würde Ihnen gleich das Wort übergeben und Platz machen. Ja, vielen Dank, Frau Behrens. Ja, vielen Dank auch erst mal, dass ich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und bei Ihrer Veranstaltung heute teilnehmen darf und Ihnen etwas erzählen kann über diese sogenannte Omnibus-Richtlinie. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Julian Modi. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht bei der Kanzlei Sonntag & Partner hier aus Augsburg. Und aus diesem Bereich, den ich eben betreue, kommen eben auch immer wieder Fragen aus dem Fernabsatzrecht bzw. insgesamt aus der Frage, inwieweit Werbung im stationären Handel genauso rechtlich zulässig ist. Und das ist genau der Grund, weshalb ich eben jetzt hier bin, weil eben diese sagenumwobene Omnibus-Richtlinie Ihnen im stationären Handel, aber auch eben im Online-Handel eine Vielzahl von neuen rechtlichen Vorgaben mit an die Hand gibt. Und mit denen wollen wir uns jetzt die nächsten Minuten auseinandersetzen. Wir werden uns in einer kurzen Einführung mit den Hintergründen zu dieser Omnibus-Richtlinie beschäftigen. Wir werden im zweiten Schritt dann insgesamt auf die Änderungen für die Preisangaben auseinandersetzen. Hier haben sich gerade Angaben zur Preisangabenverordnung geändert durch diese Omnibus-Richtlinie und das will ich Ihnen näher schildern, was es hier für Änderungen gibt und wo Sie darauf achten müssten, wie eben zukünftig vielleicht an der einen oder anderen Stelle Preise ausgezeichnet werden müssen. Dann werden wir uns im dritten Schritt nochmal mit spezifischen Regelungen aus dem Fernabsatzrecht, aber auch sonst mit Änderungen, die eben aus dieser Richtlinie kommen, beschäftigen, die insofern auch Änderungen für den stationären Handel mit sich bringen. Und in einem weiteren Schritt werde ich Ihnen noch schildern, welche Änderungen spezifisch im Wettbewerbsrecht und auch im Gewerberecht, da will ich nur ganz kurz darauf eingehen, was sich hier geändert hat, was es für Änderungen gibt. Und insofern, wenn die für Sie relevant sind, dann können Sie natürlich auch hier, sofern ich da nicht insgesamt in dem Vortrag darauf eingehen kann, dann können Sie dann aber auch zumindest natürlich im Nachgang Ihre Fragen dazu stellen und wir werden versuchen, dann eben diese Fragen zu klären. Im letzten Schritt will ich Ihnen noch ganz kurz dann Handlungsempfehlungen mit an die Hand geben, Punkte, mit denen Sie sich besonders vielleicht dann auch auseinandersetzen sollten hinsichtlich Ihrer weiteren gewerblichen Tätigkeit. Fangen wir also kurz mit den Hintergründen an. Ich habe es schon angesprochen, beziehungsweise auch die Frau Behrens hat schon angesprochen. Es gibt eine sogenannte Omnibus-Richtlinie, die eben auf EU-Ebene erlassen wurde und dann wiederum auch in Deutschland umgesetzt werden musste. Wieso heißt das Ganze Omnibus-Richtlinie? Das hat nichts mit dem Verkehrsmittel zu tun oder mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben, sondern es kommt eben aus dem lateinischen Omnibus, steht für alles oder für alle. Und insofern, das sehen Sie hier schon auf der Folie, dass diese Omnibus-Richtlinie eben eine Vielzahl von Änderungen mit sich bringt, die wiederum umgesetzt werden müssen oder umgesetzt wurden in verschiedenen anderen Richtlinien. Einmal die Richtlinie zum Verbraucherschutz über unlautere Geschäftspraktiken, Preisangaben eben auch. Und diese Richtlinien wiederum, dadurch, dass es ein ganzes Paket ist, hat man das Ganze eben als sogenannte Omnibus, also eine Regelung für alle, für verschiedene Bereiche genannt. Und diese Regelungen wiederum, die werden dann oder wurden dann eben jetzt in Deutschland zum 28.05.2022 in Gesetz auch umgesetzt. Richtlinien müssen eben in nationales Recht umgesetzt werden und dann eben insofern in Gesetze, die dann wiederum auf nationaler Ebene gelten. Und das habe ich Ihnen hier unten aufgeschlüsselt, was es hier im Wesentlichen für Änderungen gibt oder was es hier im Wesentlichen für gesetzliche Umsetzungen gibt, nämlich eben das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes und des Wettbewerbs- und Gewerberechts. Es gibt Änderungen eben im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB oder dem Einführungsgesetz zum BGB, dem EGBGB und dann eben vor allem in der Preisangabenverordnung. Was ist das wesentliche Ziel dieser Richtlinie? Das wesentliche Ziel der Richtlinie ist vor allem der Verbraucherschutz. Der Verbraucherschutz soll insgesamt modernisiert werden, soll angepasst werden auf neue Phänomene, die eben im Bereich des Absatzes von Waren und Dienstleistungen eben auftreten. Das heißt eben neue Tätigkeiten, die sollen eben angepasst werden und umgesetzt werden. Der Verbraucherschutz soll modernisiert werden. Es soll eine bessere Durchsetzung von Sanktionsmöglichkeiten, also das heißt eben, falls jemand sich nicht daran hält, soll vor allem der Verbraucher bessere Möglichkeiten haben, sich zum Beispiel gegen unlautere Geschäftspraktiken, gegen Irreführungen zur Wehr zu setzen. Und es soll insgesamt mehr Transparenz stattfinden. Transparenz, Klarheit eben auch wiederum mit Blick auf den Verbraucher. Diese Inhalte oder diese Änderungen und diese Omnibus-Richtlinien beinhalten eben Änderungen, die eben vor allem den Fernabsatz, also das heißt den Absatz von Waren und Dienstleistungen betrifft, über Webseiten, über Fernkommunikationsmittel. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Änderungen, die eben relevant sind, vor allem eben für den stationären Handel. Was hat das Ganze jetzt eben für die Preisangabenverordnung mit sich gebracht? Ich will Ihnen hier erstmal ganz kurz darstellen, was es überhaupt mit den Preisangabenverordnungen oder mit der Preisangabenverordnung auf sich hat. Ich will Ihnen ein Grundsätzliches zu den Preisangaben kurz darstellen. Was besagt überhaupt die Preisangabenverordnung? Was hat sie bisher schon besagt? Und dann will ich eben etwas näher auf die wesentlichen Änderungen eingehen, die eben jetzt diese Omnibus-Richtlinie mit sich gebracht hat. Die Preisangabenverordnung besagt generell mal, dass der Verbraucher Klarheit darüber haben muss, welcher Preis von ihm verlangt wird. Aber Grundlage ist eben die, dass generell erstmal geworben werden muss unter Angabe eines Preises. Das heißt, es ist nicht zwingend erforderlich, wenn Sie werben, dann müssen Sie nicht zwangsläufig einen Preis angeben. Aber wenn Sie einen Preis angeben und dann Ihre Ware oder Ihre Dienstleistung unter Angabe dieses Preises werblich hervorheben, dann gilt für Sie eben diese Preisangabenverordnung. Ziel der Preisangabenverordnung ist, Preiswahrheit und Preisklarheit zu erreichen. Preiswahrheit heißt, dass der Preis, der verlangt wird, eben auch wirklich der Wahrheit entspricht. Also keine versteckten höheren Kosten vielleicht noch irgendwo entstehen können, falls der Verbraucher bei Ihnen einen Vertrag schließen will. Und Preisklarheit besagt im Grunde das Gleiche, nämlich eben, dass das auch klar ist, wie sich der Preis zum Beispiel zusammensetzt. Wesentliche Grundlage dieser Preisangabenverordnung ist eben, findet sich in § 3 der Preisangabenverordnung, wonach eben generell der Gesamtpreis angegeben werden muss. Das heißt, Angabe des Preises, der einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile für eine Ware oder eine Leistung zu zahlen ist. Also gegenüber Verbrauchern heißt das, dass sie Bruttopreise angeben müssen, also Preise inklusive Mehrwertsteuer. Das ist der Gesamtpreis in der Regel. Nettopreise wären insofern, wenn Nettopreise angegeben werden, dann wäre dies ein Verstoß gegen die Preisangabenverordnung. Und das wäre dann eben auch irreführend, weil der Verbraucher vielleicht ausgeht, okay, er muss ja etwas zahlen. Also er hat schon hier den Preis 2,50 Euro und dann steht er an der Kasse zum Beispiel und dann stellt er fest, die 2,50 Euro, die waren gar nicht der Preis, den er am Schluss wirklich zahlt als Gesamtpreis, sondern er zahlt 2,50 Euro plus 19% Mehrwertsteuer. Dann wäre dies ein Verstoß gegen diese Preisangabenverordnung. Um diese Preisklarheit und Preiswahrheit zu erzielen, müssen auch Grundpreise angegeben werden. Grundpreise heißt, dass eben, wenn etwas nach Volumen, nach Gewicht, nach Fläche verkauft wird, nach Länge, dann müssen eben auch Grundpreise angegeben werden, das heißt gewisse Einheiten einheitlich angegeben werden, damit auch da der Verbraucher die Möglichkeit hat, den Preis, den tatsächlich verlangten Preis mit anderen Preisen von anderen Anbietern eben entsprechend zu vergleichen. Im Fernabsatzrecht, das heißt im Betrieb einer Webseite, sind auch hier bestimmte Voraussetzungen ganz spezifisch geregelt. So finden sich eben Regelungen in § 6 der Preisangabenverordnung dahingehend, dass die Angabe des Preises klarstellen muss, dass dieser Preis sich inklusive der Umsatzsteuer versteht und es muss angegeben werden, ob zusätzlich irgendwelche Preisbestandteile noch existieren. Also in der Regel muss dann im Fernabsatzvertrag oder im Webshop angegeben sein, es gilt der Preis von 2,50 Euro, das ist der Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten, was weiß ich, was noch 1 Euro oder 2 Euro zusätzlich züglich Versandkosten. Diese Klarstellung inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versand, das kann dann eben zum Beispiel auch im Webshop über einen Sternchenzusatz erfolgen. Es muss mir eben irgendwo klar angegeben werden. Das ist der Preis inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich sonstiger Preisbestandteile. Es gibt noch für verschiedene Bereiche, speziellere Bereiche, Vorgaben aus dieser Preisangabenverordnung, zum Beispiel eben beim Bezug von Elektrizität, Wasser, Gas, es gibt im Bereich aus dem Gaststättenbetrieb oder Beherbergungsbetrieben, gibt es noch ganz spezifische Regelungen. Darauf will ich aber jetzt gar nicht näher soweit im Detail eingehen, weil das den Rahmen dieser Veranstaltung soweit sprengen würde. Wenn wir uns jetzt mal im Eingang jetzt damit beschäftigt haben, was überhaupt bisher schon die Preisangabenverordnung gesagt hat und Ihnen mit an die Hand gegeben hat, dann müssen wir uns jetzt genauer anschauen, was eben diese Omnibus-Richtlinie für Änderungen mit sich gebracht hat. Sie hat eine wesentliche Änderung mit sich gebracht, nämlich dass Preisermäßigungen auch wieder unter dem Gesichtspunkt höhere Transparenz, mehr Klarheit, Preisermäßigungen unter diesen Gesichtspunkten eben deutlicher und klarer dargestellt werden müssen. Dass keine versteckten Preisschaukeleien stattfinden, dass zum Beispiel nur Vorgabe gemäß im Grunde letzte Woche noch ein höherer Preis verlangt wurde, der aber nicht langfristig verlangt wurde, nicht ernsthaft verlangt wurde und heute eben vorgespiegelt wird, dass dieser Preis wesentlich heute niedriger ist, obwohl es gar nicht der Fall ist, weil eben dieser Preis gar nicht langfristig verlangt wurde, der vorher angegebene höhere Preis. Was muss gemacht werden? Unternehmer, die eben Verbrauchern nunmehr heute mit Preisermäßigungen werben, müssen bei dieser Preisgegenüberstellung den niedrigsten Preis oder den niedrigsten Preis angeben, der die letzten 30 Tage verlangt wurde. Sprich, das habe ich Ihnen hier mal als Beispiel auch aufgeführt, wann spricht man überhaupt von einer Preisermäßigung, wenn natürlich eben von einer Reduzierung eines Preises, wenn die werblich hervorgehoben wird. Also zum Beispiel eben diese Werbung mit Stadtpreisen eben bisher 5,90 Euro, heute nur 3,90 Euro. Oder auch durchgestrichene Preise, also Streichpreise, das sind natürlich eben auch dann Preisgegenüberstellungen oder Preisermäßigungen, die dann eben in gleichermaßen eine Preisreduzierung darstellen oder veranschaulichen sollen. Wie gesagt, wenn Sie jetzt zum Beispiel am heutigen Tage mit einem Preis werben, mit einem niedrigen Preis werben, eben bleiben wir bei dem Beispiel mit, oder vollkommen gleich, heute etwas, heute kostet etwas 3,90 Euro. Dann müssen Sie zurückrechnen und sich anschauen, was denn jetzt die letzten 30 Tage bezogen auf diese Ware der günstigere Preis oder der günstigste Preis war. Was hat es jetzt aber für Konsequenzen? Es hat immense Konsequenzen, ehrlich gesagt, nämlich, dass Sie ja dadurch, dass Sie darstellen müssen, Sie müssen zwingend nachweisen können, dass der gegenübergestellte Preis, also das heißt der damals höhere und der heute niedrige Preis, dass dieser damals höhere Preis oder der damals niedrigere Preis, so rum, Entschuldigung, tatsächlich der niedrigste war, der die letzten 30 Tage verlangt wurde. Das heißt, Sie müssen sämtliche Preise, sämtliche Preisauszeichnungen archivieren. Es muss ein ständiges Preismonitoring stattfinden. Das heißt, Sie müssen es ja immer im Zweifel auch bezogen auf jede Ware, bei der Sie vielleicht mit einer Preisreduzierung werben wollen, müssen Sie diesen Nachweis führen können. Wenn Sie ein großes Sortiment an Waren haben, dann heißt es, dass Sie auch für sämtliche Preise, die dann dort vielleicht werblich hervorgehoben werden, also Preisgegenüberstellungen, Streichpreise, heute das, damals noch das als Preis, dass das jetzt dann für jede Ware, für jede einzelne Ware soweit archiviert werden muss, damit Sie im Falle eines Falles, also im Falle einer Auseinandersetzung, falls Ihnen zum Beispiel ein Mitbewerber, ein Konkurrent, ein Verbraucherschutzverband Ihnen vorwirft, Moment, Sie haben sich hier nicht an die Preisangabenverordnung gehalten, damit Sie nachweisen können, Nein, das stimmt. Der Preis, den ich hier dargestellt habe, das war tatsächlich der niedrigste Preis, den ich eben die letzten 30 Tage für die bestimmte Ware verlangt habe. Und das ist, wie gesagt, man weiß noch nicht genau, wie das in der Praxis dann auch ausschauen soll. Es gibt natürlich noch keine Rechtsprechung dazu, weil eben diese Omnibus-Richtlinie ja erst seit dem 28.05.2022 umgesetzt sein muss. Aber es wird zwangsläufig dazu führen, dass eben das einen immensen Archivierungsaufwand und Monitoringaufwand eben entsprechend mit sich bringen wird. Und hier hinsichtlich dieser Vorgaben für die Preisermäßigungen gibt es eben keine Vorgaben oder keine Ausnahmen hinsichtlich des stationären Handels. Das heißt, es trifft Sie im stationären Handel genauso wie eben den Online-Shop. Und im Online-Shop können Sie das natürlich viel einfacher digital schon festhalten, welche Preise wann für welche Ware verlangt wurden. Aber beim stationären Handel ist es natürlich unheimlich schwierig. Sie müssen das eben alles irgendwo katalogisieren und festhalten. Das heißt, ein immenser Verwaltungsaufwand eigentlich, der dort auf den stationären Handel zukommt. Diese Vorgaben für die Preisermäßigung gelten auch für Kaffeefahrten oder auch sonst, wenn Waren mit digitalen Inhalten verkauft werden, das heißt, Software zum Beispiel. Das ist aber eher wie darum auch etwas, was in der Regel den Internetvertrieb, das heißt eben im Download von Software oder von Filmen, Büchern, was auch immer relevant ist. Aber auch da, wie gesagt, gilt eben diese Vorgabe. Also da gibt es keine Ausnahme. Es gibt Ausnahmen, wo diese Vorgaben für Preisermäßigungen nicht gelten. Zum Beispiel eben bei Dienstleistungen, also das heißt, wenn nur Dienste verkauft werden, also vertrieben werden, angeboten werden und auch unter Preisangaben beworben werden, dann ist das jetzt insofern von dieser Preisermäßigung oder von diesen Vorgaben für Preisermäßigungen ausgenommen. Und wie gesagt, das habe ich hier auch nochmal auf der Folie aufgeschlüsselt, bei Rabattaktionen zahle 2, bekomme 3 zum Beispiel. Also das heißt, wenn geworben wird mit einer Reduzierung meinetwegen, insgesamt natürlich schon auch mit einer Geldwertenreduzierung von Kaufpreisen, aber eben nicht diese Reduzierung tatsächlich unter Angabe von höheren und niedrigeren Preisen dargestellt werden, dann sind hier nicht diese Vorgaben zu beachten. Bei Waren, die schnell verderblich sind, also da, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel eben schon abgelaufen ist oder kurz vorm Ablauf steht, das, was man ja auch eben vor allem aus dem Lebensmittelbereich natürlich eben kennt, dann muss ich ja auch nicht diese Preisarchivierung vornehmen, weil es eben, ja, das hat ja eine Vielzahl von Faktoren und Voraussetzungen oder Gründe, weshalb eben dann bei solchen schnell verderblichen Waren eine Preisreduzierung dargestellt wird. Das liegt eben daran, dass die Ware vielleicht jetzt qualitativ eben nicht mehr dem entspricht, was es eben in frischer Form generell mal wert war. Bei Räumungsverkäufen, das heißt, wenn sie absehbar ist, dass schrittweise eben bezogen auf einen drohenden, auf eine drohende Räumung oder einen Ablauf eines Räumungsverkaufs eine schrittweise Reduzierung von Preisen stattfinden soll, dann gelten auch wiederum nicht diese Vorgaben für Preisermäßigung. Ja, weil man da einen Blick gehabt hat, okay, der Händler muss hier immer weiter vielleicht mit dem Preis runtergehen, schrittweise runtergehen, weil er eben insgesamt sein Lager aufgeben will oder eben insgesamt seinen Handel einstellen will, einstellen muss, wie auch immer. Was gilt bei Verstößen? Also das heißt, was gilt, wenn sie eben diese Vorgaben nicht einhalten? Nun, zum einen kann das eine Ordnungswidrigkeit sein, das heißt, es kann ein Bußgeld verhängt werden, wenn sie sich eben nicht an diese Vorgaben halten. Aber, und das ist, glaube ich, die größere Gefahr, sie können auch abgemahnt werden. Das, was ich eben schon gesagt hatte, von einem Mitbewerber, von einem Verbraucherverband kann eine Abmahnung ausgesprochen werden und es kann verlangt werden, bitte nicht mehr so werben zukünftig. Sie werden kostenpflichtig von einem Anwalt abgemahnt. Der wird im Auftrag dieses Mitbewerbers zum Beispiel eben tätig und sagt, das ist zu unterlassen, diese Form der Werbung und fordert von Ihnen dann eben eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Und ja, das ist eben sehr unangenehm. Und wenn Sie darauf nicht reagieren, dann können Sie auch damit rechnen, dass dann vielleicht sogar im gerichtlichen Eilverfahren eine einstweilige Verfügung gegen Sie erlassen wird. Angabe von Grundpreisen. Ich hatte es schon angesprochen, dass auch eben bei der Angabe von Grundpreisen sich etwas geändert hat. Ich hatte es auch schon angesprochen, also das heißt, wenn Ware verkauft wird nach Gewicht, Volumen, Länge, Fläche, dann sind eben auch Grundpreise anzugeben. Grundpreise nach Mengeneinheiten und diese Mengeneinheiten sind dann eben, dass generell zum Beispiel ein Kilogramm angegeben wird, ein Liter, ein Kubikmeter, ein Meter oder Quadratmeter. Was heute nicht mehr erlaubt ist, was vorher aber schon erlaubt war, bei kleineren Einheiten, also das heißt, bei kleineren Verpackungen bis zu 250 Milligramm oder 250 Gramm zum Beispiel, dass dann eben auch 100 Gramm als Mengeneinheit angegeben werden kann. Und das ist heute nicht mehr möglich. Sie müssen eben, Sie dürfen keine Verwendung mehr machen, zum Beispiel eben von diesen 100 Gramm oder 100 Milliliter, sondern Sie müssen dann eben Liter angeben oder eben Kilogramm. Und diesbezüglich müssen Sie einfach mal bei sich in den Laden gehen oder bei sich ins Geschäft gehen und mal alle Grundpreise durchprüfen, ob das jetzt dann eben so bei Ihnen ordnungsgemäß eingehalten wird. Und wenn nicht, dann besteht hier auch wiederum die Gefahr einer kostenpflichtigen Abmahnung bzw. eines Bußgeldes. Also auch wieder größere Abmahngefahr. Und bei einer Vielzahl von Waren, die eben so angeboten werden, ist es natürlich eben auch ein entsprechender Aufwand, der da auf Sie eben entsprechend zukommt. Wenn Sie etwas in Kapselform verkaufen, zum Beispiel Kaffeekapseln oder Nahrungsergänzungsmitteln, dann war das bisher umstritten. Das ist auch nach wie vor umstritten. Aber in der Rechtsprechung zeichnet sich das so ein bisschen ab, dass auch bei solchen Verkäufen in Kapselform eben auch entsprechende Grundpreise anzugeben sind. Das war bisher oder es ist eben insofern nicht ganz klar im Gesetz oder in der Verordnung geregelt. Aber die Rechtsprechung, es gibt eine ganz aktuelle Gerichtsentscheidung, die das eben noch mal bestätigt, dass auch eben bei solchen Verkäufen in Kapselform Grundpreise anzugeben sind, wo Sie eben also nicht die Ware an sich nach Gramm, also nach Gewicht verkaufen, sondern eben nach 10 Kapseln, 20 Kapseln verkaufen. Aber wie gesagt, da zeichnet sich das eben ab, dass dort auch Grundpreise soweit angegeben werden müssen. Waren müssen keine Grundpreise angegeben werden? Naja, wenn Sie den Liter Milch verkaufen, dann ist der eben schon in einem Liter enthalten in der Verpackung. Dann müssen Sie nicht noch zusätzlich den Grundpreis für einen Liter angeben. Das ist dann eben der Grundpreis. Wie muss der Preis angegeben werden? Er muss in unmittelbarer Nähe zu dem verlangten Gesamtpreis angegeben werden. Oder so war es bisher geregelt. Jetzt zukünftig oder jetzt aktuell nach dieser Umsetzung der Richtlinie heißt es, dass der Preis unmissverständlich klar erkennbar und gut lesbar angegeben werden muss. Da ist man sich aber in der Juristerei eigentlich schon soweit einig, dass es keine wesentliche Änderung mit sich gebracht hat hinsichtlich dieses bisherigen Wortlauts, in dem drin stand eben, dass der Preis in unmittelbarer Nähe anzugeben ist. Es gibt noch eine Vielzahl von Ausnahmetatbeständen von der Angabe dieser Grundpreise. Die habe ich Ihnen hier mal aufgeschlüsselt, zum Beispiel eben bei Waren, die in ganz kleinen Einheiten verkauft werden, bis zu 10 Gramm oder 10 Milliliter. Dann müssen hier keine Grundpreise angegeben werden. Im Rahmen von Getränke und Verpflegungsautomaten, Schnupftabak zum Beispiel oder Kosmetika, Parfums, dann gibt es hier eben auch entsprechende Ausnahmen, dass keine Grundpreise angegeben werden müssen. Es gibt aber auch noch eine wesentliche Ausnahme, auf die ich ein bisschen näher eingehen will. Die finden Sie hier in der Mitte auf der Folie, nämlich die Ausnahme, dass Grundpreise nicht anzugeben sind, wenn die Waren in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft, insbesondere Kiosk, mobile Verkaufsstelle oder Stände auf Märkten oder Volksfesten angeboten werden. Und hier stellt man sich die Frage, was heißt denn das jetzt kleine Einzelhandelsgeschäft? Was sollte sein? Wenn ich jetzt meinen Laden habe, der nur wenige Quadratmeter groß ist, falle ich dann eben darunter. Das schauen wir uns jetzt hier ein bisschen näher an, wie das einzuordnen ist. Es gibt hier auch an der Stelle keine klaren Vorgaben. Im Gesetz selber findet sich dazu nichts. Es findet sich auch dazu keine einheitliche Rechtsprechung zur Frage, was als kleines Einzelhandelsgeschäft gilt. Aber es gibt, wenn man sich noch die alte Preisangabenverordnung anschaut, vom Wirtschaftsministerium in Bayern zum Beispiel, gewisse Vollzugshinweise zu diesen Verordnungsvorgaben. Und danach macht man das daran fest, dass man sagt, okay, als kleines Einzelhandelsgeschäft gilt ein Laden, der höchstens 100 Quadratmeter Größe hat. Aber, und wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dem Wortlaut von dieser Ausnahme, diese Ausnahme greift nur, wenn überwiegend Ware im Wege der Bedienung angeboten wird. Was fällt also dann nicht darunter? Im Grunde fällt alles nicht darunter, wenn ein Selbstbedienungsladen vorgehalten wird. Das heißt eben überwiegend der Kunde selber da reingeht und sich die Ware aus der Verkaufsfläche herausnehmen kann und zur Kasse gehen kann. Tante-Emma-Läden, kleine Kiosks, wo ich dann eben die Ware bestelle quasi an der Theke, an der Ladentheke. Das ist dann wiederum mit Bedienung. Dann würde eben diese Vorgabe der Grundpreise nicht gelten. Bestimmte Mischformen, da stellt sich dann eben die Frage, ist dann dieses Kriterium überwiegend der Selbstbedienung oder überwiegend der Bedienung, ist das da eingehalten? Das stellt sich eben die Frage dann, wie das dann zum Beispiel bei Tankstellen der Fall ist, bei Bäckereien, bei denen eben auch noch ein Verkaufsregal vorgehalten wird, aus dem ich etwas rausnehmen kann und mit dem ich dann eben zur Kasse gehen kann oder eben bei so Kaffeefilialen. Da wird sich dann eben die Frage stellen, sind das jetzt eben überwiegend, gilt jetzt da, das Ganze, ist das überwiegend darauf ausgelegt, dass ich da per Bedienung meine Ware bekomme oder ist es darauf ausgelegt eher, dass ich die Selbstbedienung vornehmen kann? Es hat sich noch etwas geändert bei der rückerstattbaren Sicherheit. Was ist eine rückerstattbare Sicherheit? Klingt sehr sperrig. Was mit diesem Paragraphen 7 der Preisangabenvorordnung gemeint ist, sind Pfandsysteme zum Beispiel. Also das heißt Flaschenpfand. Was hat sich hier geändert? Es wurde hier aufgenommen, der Grundsatz, dass ein als rückerstattbare Sicherheit zu entrichtender Betrag, also der Pfandbetrag, bei der Berechnung des Grundpreises wiederum unberücksichtigt zu bleiben hat. Jetzt erinnern wir uns zurück, Grundpreis heißt eben dieser Preis pro Liter zum Beispiel. Da hat eben dieser Pfandbetrag außen vorzubleiben. Was heißt das aber wiederum im Umkehrschluss? Hinsichtlich des Gesamtpreises, also das heißt eben der Preis, der inklusive Mehrwertsteuer und so weiter als Endbetrag an der Kasse zu zahlen ist. Heißt es dann wiederum, dass der bei der Angabe des Gesamtpreises, also ist der Pfandbetrag bei der Angabe des Gesamtpreises auch unberücksichtigt zu bleiben? Muss der jetzt weggelassen werden? Oder muss ich den inklusive, also den Gesamtpreis inklusive des Pfandes angeben? Hier scheiden sich so ein bisschen die Geister darüber, wie man das zu handhaben hat. Ich habe Ihnen mal das hier an einem praktischen Beispiel dargestellt. Also ist jetzt dann eben der Gesamtpreis für die Ware ohne Flasche und daneben der Pfandbetrag anzugeben. Hier habe ich es mit dem Beispiel mit den 2,50 Euro zuzüglich 30 Cent Pfand zum Beispiel eben aufgeführt. Das wäre dann eben jetzt der Gesamtpreis, aber eben ohne diesen Pfandbetrag. Oder ist es eben so weit zu handhaben, dass ich dann tatsächlich auch die 2,80 Euro als Gesamtpreis angeben muss und dann im Hintergrund dann in Klammerzusatz vielleicht aufschlüsseln muss, der generelle Preis sind die 2,50 Euro plus 30 Cent im Pfand. Meines Erachtens, wenn Sie eben diese zweite Lösung wählen und so den Preis angeben, dann können Sie nichts falsch machen. Dann könnte man Ihnen meines Erachtens eben zumindest nicht den Vorwurf machen, dass Sie sich nicht an diese Vorgaben des Paragrafen 7 Preisangabenverordnung halten würden. So, was gibt es sonst noch ganz kurz für verbraucherschützende Regelungen, die eben Auswirkungen dann auf den Fernabsatz haben? Also das heißt Vertrieb im Onlinehandel, aber auch eben im stationären Handel. Das wollen wir uns hier noch ganz kurz anschauen. Diese Omnibus-Richtlinie hat eine Vielzahl von Informationspflichten noch für Betreiber, vor allem von Online-Shops mit sich gebracht. Zum Beispiel müssen die im Impressum keine, es ist hier klargestellt, dass keine Telefax-Nummern mehr angegeben werden muss. Das war bisher eben auch wiederum ein Stück weit umstritten, aber ich glaube, heutzutage hat kaum noch jemand wirklich ernsthaft ein Faxgerät und deswegen hat sich da der Gesetzgeber gedacht, das können wir streichen. Ein Impressum ist keine Fax-Nummer mehr anzugeben. Es gibt aber auch wiederum die Pflicht bei digitalen Inhalten, bei digitalen Produkten, das heißt Produkte, die eben mit Software ausgestattet sind, muss jetzt zwingend auf gesetzliche Mängelhaftungsansprüche hingewiesen werden. Also das heißt eben, dass die gesetzliche Mängelhaftung gilt für Ware. Die Ware muss mangelfrei sein und wenn die Mangel behaftet ist, dann kann der Verbraucher eben hier die Behebung des Mangels, also Beseitigung des Mangels verlangen und dieser Hinweis, der ist zwingend zu erteilen und das ist etwas, was generell an sich auch im stationären Handel dann so umgesetzt werden muss. In der Regel wird es auch gemacht, weil eben die Ware so ausgestellt ist bei Ihnen im Laden und der Kunde kann sich das dann eben anschauen und hat dann da auch eben generell mal eine, wie auch immer, eine Anleitung bei der Hand und sieht es auch und weiß es auch oder kann es zumindest auch wissen, dass hier, falls die Ware Mangelhaft ist, er sich dann eben an Sie als Anbieter dieser Ware halten kann und sagen kann, Moment, die Ware ist Mangel behaftet. Ich will hier eine Beseitigung des Mangels haben, gegebenenfalls eine neue Ware haben. Es gibt noch weitere Informationspflichten für Betreiber, auch wiederum als Marktplatzes, eines Online-Marktplatzes. Das ist aber, denke ich, für Sie jetzt im Spezifischen nicht so relevant, deswegen würde ich da gerne darüber hinweg sehen wollen und hinweg gehen wollen. Es haben sich im Fernabsatzrecht, das heißt auch wieder Betrieb einer Webseite, eines Webshops, Änderungen in der Musterwiderrufsbelehrung abgezeichnet oder die sind eben soweit hier mit reingebracht worden. Auch hier zum Beispiel, dass nun die Angabe einer Telefonnummer und E-Mail-Adresse ausreichend ist im Rahmen der Widerrufsbelehrung, der Musterwiderrufsbelehrung. Vorher war das eben auch so. Fällt Sie ein Fax haben, dann sind eben auch Fax und E-Mail-Adresse gleichzeitig entsprechend anzugeben gewesen. Das ist jetzt aber eben zukünftig nicht mehr der Fall. Es gibt insgesamt aus diesen Informationspflichten auch wiederum zum Schutze der Verbraucher neue Bußgeldtatbestände. Das heißt, im EGBGB ist festgehalten, dass Sie auch unter Umständen ein Bußgeld nach sich ziehen können oder auf sich, dass Sie mit einem Bußgeld belastet werden können, zum Beispiel wenn Sie AGBs vorhalten, die vielleicht rechtlich nicht zulässig sind. Wenn das der Fall ist und das, wenn das flächendeckend für Sie auch so ist, dass Sie generell Verträge nur zu Ihren AGBs abschließen und das meinetwegen auch sogar noch überregional, grenzübergreifend sogar, auch wiederum in erster Linie in Form eines Webshops, dann kann da eben ein Bußgeld von Ihnen gegenüber verhängt werden, weil Sie sich eben da nicht entsprechend daran halten und fehlerhafte oder unzelässige AGB-Klauseln vorhalten. Was gibt es sonst noch für Änderungen im Wettbewerbsrecht und in der Gewerbeordnung? Das will ich nur ganz kurz einmal ansprechen. Es ist vor allem im Wettbewerbsrecht, das heißt eben im Gesetz gegen unlautere Geschäftspraktiken nunmehr vorgesehen, dass der Verbraucher insbesondere auch Schadensersatzansprüche gelten machen kann gegen den Unternehmer, der zum Beispiel irreführend mit ihm einen Vertrag schließt. Generell ist es so, dass aus dem UWG, aus diesem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das hatte ich schon angesprochen, vor allem Mitbewerber, vor allem Verbraucherschutzverbände gegen ein Unternehmen vorgehen können. Nunmehr ist es so, dass der Verbraucher auch unmittelbar einen Schadensersatzanspruch Ihnen gegenüber gelten machen kann, falls Sie eben irreführend werben. Und das wird meines Erachtens dazu führen, dass eine Vielzahl von Verbrauchern vielleicht versuchen, an der Stelle Geld aus Ihnen heraus zu pressen, sage ich mal. Also das heißt eben entsprechend Druck zu machen, um da eben Schadensersatzforderungen durchzusetzen. Und das ist natürlich eben auch wiederum so, dass das erst recht natürlich dazu führen sollte, dass Sie sich daran halten, an diese Vorgaben aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, also das heißt eben immer lauter werben, also rechtmäßig werben, keine Irreführung, diese Preisangaben eben richtig einhalten, etc. etc. Verbraucherschützende Normen generell mal einhalten, ansonsten kann eben dort Ungemach drohen. Es gibt hier auch noch wiederum Informationspflichten aus dem UWG, dass Sie über wesentliche Merkmale der Ware und der Dienstleistungen ausführlich informieren müssen. Das ist jetzt nochmal ausdrücklich geregelt in verschiedenen Normen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Also hier ist es vor allem eben wichtig, dass der Verbraucher die Möglichkeit hat und das gilt auch wiederum nicht nur im Onlinehandel, sondern diese Transparenzpflicht gilt auch im stationären Handel, dass der Kunde die Möglichkeit hat, sich wirklich umfassend über die Ware zu informieren. Das kann er natürlich, wie gesagt, in der Regel in dem Maße, dass er sich die Ware anschauen kann bei Ihnen im stationären Handel, aber trotzdem dürfen Sie an der Stelle dem Verbraucher keine Informationen, die an sich für den Vertragsschluss für ihn ausschlaggebend sind, das dürfen Sie dem nicht vorenthalten. Wenn Sie mit Bewertungen werben sollten, dann gilt auch hier, dass die Bewertungen soweit klar und verständlich auf ernsthafte Bewertungen beruhen müssen. Das betrifft jetzt auch wiederum mehr den Onlinehandel. Aber dadurch, dass vielleicht der ein oder andere nicht nur einen stationären Handel hat, sondern eben auch den Online-Shop betreibt, ist es auch hier an der Stelle für ihn wichtig, wenn eben insofern mit Bewertungen geworben wird, dass der Verbraucher eben weiß, okay, das sind ernsthaft gemeinte Werbungen oder ernsthaft gemeinte Bewertungen. So. Und ansonsten Fake-Bewertungen gehen eben nicht. Und auch hier gilt eben dann insofern dieses Gebot der Transparenz und die Pflicht vor allem eben Irreführungen entsprechend zu vermeiden. Hier haben wir nochmal die Bewertungen, die Kriterien für entsprechende Bewertungen. Wie Bewertungen dann im Konkreten aussehen sollen, das habe ich Ihnen hier nochmal ganz kurz aufgeschlüsselt. Das können Sie sich im Nachgang auch nochmal im Detail, denke ich, näher anschauen. Dadurch, dass es auch wiederum mehr den Onlinehandel betrifft, will ich es noch einmal zumindest angesprochen haben. Aber ja, nicht im Detail auch hier an der Stelle weiter eingehen. Über die Schadensersatzansprüche von Verbrauchern hatten wir soweit auch schon gesprochen. Dann können wir auch hier letztlich zu den Handlungsempfehlungen kommen. Aus dem Ganzen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, kann man im Grunde fünf wesentliche Blöcke ableiten, nämlich Sie müssen generell darauf achten, dass Informationen so umfassend und umfangreich vorgehalten werden können, dass der Verbraucher wirklich weiß, auf was er sich einlässt. Wenn Sie einen Online-Shop haben, dann müssen Sie auch hier mal in Ihre Widerrufsbelehrung reingehen, die nochmal anschauen, ob hier zum Beispiel eben Dinge gestrichen werden können, die bisher relevant waren. Also eben zum Beispiel diese Faxnummer, dass die beseitigt wird. Es gibt eben ein neues Muster und an diesem neuen Muster sollte man sich orientieren. Und aber vor allem, und das ist, denke ich, der wichtigste Teil, dass Sie sämtliche Preisangaben bei sich nochmals wirklich ganz konkret und ganz kritisch hinterfragen sollten, ob eben Preisermäßigungen, aber auch Angaben von Grundpreisen, Angaben von Pfandpreisen, dass die ordnungsgemäß entsprechend den Vorgaben ausgefüllt sind und dargestellt sind. AGBs sollte man generell auch immer wieder einer Prüfung unterziehen, sodass man auch hier an der Stelle die Sicherheit hat, ich halte nur ordnungsgemäße, das heißt zulässige, allgemeine Geschäftsklauseln vor, sodass mir als Unternehmer auch nicht der Vorwurf gemacht werden kann, ich würde hier den Verbraucher hinters Licht führen. Damit wäre ich dann mit meinem Teil zu Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, wir stehen jetzt noch, oder ich und die Frau Behrens stehen Ihnen jetzt noch gerne für Rückfragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, Herr Modi, vielen Dank für diesen interessanten Einblick tatsächlich. Wir haben schon zwei Fragen tatsächlich, die sich auf das Thema Preisangabenverordnung stürzen. Also es scheint unsere Zuhörer heute tatsächlich, oder Zuschauer muss man ja eigentlich sagen, tatsächlich schon auch zu bewegen dieses Thema. Und die erste Frage ist ziemlich konkret, nämlich ist es richtig, dass bei einer Flüssigkeit von unter 10 Milliliter die Angabe von 100 Milliliter als Grundpreis zulässig ist oder muss man auf 1 Liter referenzieren? Jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst, unter 10 Milliliter. Ja genau, die Flüssigkeit unter 10 Milliliter von dem Produkt, was auch immer da verkauft wird, vermutlich ja irgendeine Tube oder Spritzen. Also wie gesagt, ich hatte es auch schon angesprochen, bei bestimmten Produkten zum Beispiel aus dem Kosmetikbereich muss unter Umständen vielleicht gar nichts angegeben werden, aber unter diesen 10 Milliliter müsste meines Erachtens sogar gar keinen Grundpreis angegeben werden. Das ist ja schon mal gut zu wissen, das ist doch interessant. Gut, erleichtert vielleicht auch die Sache ein bisschen. Die nächste Frage geht tatsächlich eher so in die Richtung von dem Beispiel. Da ist eine unserer Zuschauer, der gesagt hat, er kocht öfter mal im Lebensmittelhandel tatsächlich Joghurt im Glas ein und das Glas hat eigentlich eine Pfand. Also vermutlich, also ich kenne Landliebe, dass die Pfand haben. Und dann sagte er, er kriegt da immer den Preis von 1,49 Euro angegeben und auf dem Preisschild ist nicht noch extra angegeben, dass da 15 Cent Pfand noch anfallen. Ist es dann nicht korrekt jetzt nach dem Neuen? Das wäre dann nicht korrekt, genau. Okay, dann kann ich... Also auch wieder Preisklarheit, der muss schon wissen, was für einen Endpreis tatsächlich dann bei ihm hängen bleibt. Also das heißt eben, was dann für, wie sich der Preis insgesamt zusammensetzt, also eben der generelle Preis für die Ware an sich und dann eben dieser Pfandbetrag. Das muss ordnungsgemäß ausgezeichnet sein. Okay, dann hoffen wir mal, dass der eine oder andere Lebensmittelhändler heute mit zuguckt und das vielleicht auch noch anpasst, wo auch immer dann eingekauft wird. Dann ist noch eine Frage reingekommen zu dem Thema Kundenbewertung und zwar der Verifizierung. Was ist, wenn man von Google Bewertungen importiert? Also praktisch sozusagen den Plugin vermutlich hat und dann eine Google Bewertung auf seiner Webseite ausspielt, bei der dann auch deutlich ist, die von Google kommen. Also meistens ist da ja das Google Logo dann noch mit dabei. Muss auch hier gekennzeichnet werden, ob diese Bewertungen verifiziert sind oder ist das eine Aufgabe von Google, das klarzustellen? Also es ist auf jeden Fall eine Aufgabe von Google, das ist klar. Aber ich meine auch, dass es eine Aufgabe dann von dem jeweiligen Händler ist. Er kann auch dafür in Anspruch genommen werden, falls sich dann eben im Nachhinein herausstellt, das war eine fingierte Bewertung, also eine Fake-Bewertung. Aber wie kann ich das machen? Das kann ich ja eigentlich gar nicht machen. Ich kann nicht das prüfen, ob eben diese Bewertungen dann bei Google ernsthaft abgegeben wurden, weil eben derjenige wirklich auch etwas schon überhaupt mal mit mir zu tun gehabt hat als Anbieter. Aber gut, so ist es nun mal. Der Gesetzgeber hat hier Klarheit geschaffen und hat gesagt, jeder, der mit Bewertungen wirbt, der muss sicherstellen, dass eben wirklich nur ernste und ernsthafte Bewertungen abgegeben werden oder damit geworben wird. Also insofern, sie kommen nicht aus der Pflicht heraus. Das ist notwendig. Und dann müssen sie eben dafür sorgen, dass das so entsprechend umgesetzt wird. Okay, schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man sagen kann, Google, so muss es laufen. Okay, dann bin ich tatsächlich am Ende der Fragenrunde schon. Wenn Ihnen im Nachhinein noch was auffällt, Sie jetzt eine Nacht drüber schlafen, sagen, hey, das war unklar oder irgendwie sowas, schreiben Sie mir eine E-Mail oder schreiben Sie dem Herrn Modi direkt eine E-Mail. Sie bekommen die Folien im Nachgang. Da sind beide unsere Kontaktdaten drauf. Da können Sie dann tatsächlich auf uns alle noch mal zukommen und ja, das alles in dem Sinne gerne klären. Dann habe ich noch ein paar abschließende Hinweise für Sie. Jetzt geht es ein bisschen rund in den Folien, aber wir kriegen das organisiert. Und zwar der nächste digitale Donnerstag ist tatsächlich nach unserer Sommerpause, die wir jetzt erst mal einlegen. Da geht es um das Thema regionales Online-Marketing. Da gibt es tatsächlich ein kleines Start-up, was ein bisschen vorstellt, wie man mit Google Inventory umgeht. Also wie man praktisch seine Produkte in Google in der Produktleiste mit einbringt. Was man dafür machen muss, wenn man es selber machen möchte und dann natürlich auch ein bisschen die, die unterstützen. Für den Fall, dass für den einen oder anderen hier interessant sein sollte. Dann gibt es natürlich auch noch IHK-Spezial-Webinare anderer Art. Ich habe jetzt hier ein paar Rechtsthemen rausgesucht. Leider nicht zu dem schönen digitalen Donnerstagabend-Termin, aber vielleicht können Sie sich ja trotzdem freischaufeln. Am 28. Juli geht es um das Thema rund um den Urlaubsanspruch, weil sich ja einiges im Arbeitsrecht ändert. Und im September gibt es noch mal einen DSGVO-Update. Das ist ja auch etwas, wo man kontinuierlich leider am Ball bleiben muss, weil sich das eine oder andere dann doch auch tut oder mal eine Rechtsentscheidung getroffen wird. Und wenn Sie sagen, das war jetzt heute gut und Sie wollen weitere Informationen von uns haben oder keinen digitalen Donnerstag mehr verpassen, dann melden Sie sich doch einfach zu unserem IHK Newsletter an im Bereich Handel. Dann kriegen Sie von mir und meiner Kollegin, der Frau Hehl, immer alles, was es zu wissen gibt. Tatsächlich. Dann bleibt mir für den Abschluss nur, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie ja Sie mal wieder sehen zum nächsten Webinar. Tschüss. Tschüss.